Sag mal, was ist denn das für ein Staubsaugerschlauch, ey? Ist der Urk? Ich bin daneben gesprungen. Sad. Fällst du nicht automatisch direkt rein? Mh. Also vielleicht, aber dann habe ich mich halt gleich verbewegt. Warte auf mich, mein Engel. Ne, dann bin ich weg. Ich warte bei den Fuses auf dich. Oh, das ist aber so süß. Das sieht voll putzig aus, wie die so geduckt laufen. Oh. Gefahr? Ich lache der Gefahr ins Gesicht. Oh Gott. Oh Gott, nein. Ja, warte mal bitte, ich muss das nochmal hier vorne machen. Alter, For Russia wieder. Du bist da hier so. Du wolltest mich da wegdrücken. Ich wollte nicht wegdrücken. Na klar. Ich habe da versucht drüber zu springen, aber es hat nicht geklappt. Ach, du wolltest mich wegdrücken. Ist nicht alles immer. Ach so einiger. Ich muss viel machen. Ah, ich muss da ranhängen, okay. Ja, aber kommst du auf die andere Seite. Oh oh. Hä, bist du runtergesprungen? Ja, man rutscht so langsam runter. Ja, warte mal. Hopp. Und dann. Oh ja, okay. Ich glaube, du versuch mal oben ran. Okay. Oder spring einfach runter. Ist auch okay. Das war der Plan. Okay, ich spring jetzt schon. Ja, okay, bin rum. Nein, jetzt geht es gleich automatisch, ne? Vermutlich, na. Wup, wup. Oh Gott! ich bin ein ich bin gesprung verdammt ist eigentlich ganz cool davon immer sieht was der andere macht meine güte von oder nehmen der anderen seite geht es auch noch irgendwie naja ich muss dich da wahrscheinlich jetzt überbringen indem ich den mittleren okay ja ja das so automatisch dass sogar dinger oder sieht so aus aber warum sind wir in dem staubsauger drin ja ich glaube warum warum sie in einem staubsauger staubsauger drin ja oder das sind hat einfach irgendwelche teile die da drin sind staubsauger selbst schon ist das ja ja aber guck mal hier ist ja auch so viel komischer schrott rum ja wir sind noch nicht im staubsauger drin ist ja der staubsauger ist das große ding und stimmt 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 wir sind ja jetzt auch nicht der staubsauger warum man das auf die schleuchte was ist schon staubsauger wo müssen wir rein einer von uns muss hochhalten ja das war nötig habe sie wieder angemacht die wollte nicht dass du den käse klaus löst es mal bitte aus und dann ich versuche hier von oben mal drauf zu springen wenn du kannst nichts machen dann einfach nur die nix und gut ja erst mal schön vorbeispringen läuft das ist eine plattform okay ach so Achso. Ah, und hier ist ja... Oh oh. Ahja, hab mich schon gewundert, da ist doch noch was. Das hat mich zu spät gerafft. Was sagt der jetzt? Ah, du musst vorne jetzt rein. Und dann... Ah. Du musst jetzt vorne rein und dann kommst du an einem anderen Ende raus. Oh Gott, ey, also manchmal denkt man ja, man fällt einfach daneben. Ich bin doch nicht ganz voranlasst. Was ist jetzt mit mir passiert? Hä? Ich glaub du wurdest, äh... Ne, ach ne, nix mit mir. Wir sind diese komischen Murmels. Ja, aber... Also ich hab hier einen Schlauch, den ich bewegen kann. Ja, ich hab auch einen, aber bei dir müssen Murmeln rein, oder nicht? Ja, aber... Achso, meiner sorgt rein. Aber ich kann die noch nicht reinmachen. Achso, warte mal, ich kann da durch. Mach mal? Ne, mach mal hoch. Ja, aber ich kann den Staubsauger rein schleudern. Ja, ich glaub das... Ja. Ist nicht der Plan hier? Ne, irgendein nicht. Ich glaub da müssen diese kleinen... Hier sind so... Ach, warte. Ja, ja, Moment, Moment. Mach nur mal hoch. Ja, jetzt hab ich's. Ah, okay. Oh Gott, man muss das ja so registrieren. Hahaha. 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 Da gibt's noch viel mehr von. Ja, ich merk's. So, es reicht. Ich treff nicht. Ja, es reicht schon. Okay. Saugotron musste nur voll werden. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht selber geschafft. Nein. Oh nein. Oh nein. Staubi muss Prime. Ich hab mir verdauungserstört. Also wenn die Staubsauger so sind, dann bin ich jetzt immer gut zu meinem Staubsauger. Hm, ich auch. Ich glaube, ich streiche mal einen gleich mal. Du bist ein wirklich guter. Du bist sehr gut. Ha! Hey, Matthew. Are you really gonna believe that? Huh? Because I would not. Oh, don't listen to him. Once I get my real body back, I can fix you. Oh, is that so? Then why did you buy the expensive Turbo X 2000? Huh? Hey! What? You replace me with the Turbo X 2000? Thumbs on! A pretentious French, Matthew, who can't even suck properly! I'll show you who's the best sucker! Okay, get out of here! See you later! Good luck! Sehr gut, er ist der beste Sucker einfach. Meinst du Bescheid? Oh, müssen wir jetzt einen Bosskampf machen hier oder was? Okay, damit hab ich überhaupt gar nicht gerechnet in dem Spiel. Oh, Alter! Ja genau! Was zum Teufel! Weil er viel Staubs... Oh Gott, Aua! Ah! Äh... Los! Äh... Ja, Moment! Los! Er hat sich zurückgeschossen! Ah! Einfach auf ihn! Oh Gott! Aua! Ah! Haben wir eigentlich irgendwie Leben? Ah, ja! Ja, ja! Fühlt sich irgendwann wieder auf! Okay, äh... Okay, voll im Reinseite! Ja! Das hat gesessen hier, liegt nur eine rum! Zwei! Oh Gott! Was ist jetzt los? Jo! Äh... Okay! Spreng ihn! Oh! Oh Gott! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Nein, 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 nein! Ah! Oh Gott! Ah! Ne, das ist tot! Ja, okay! Ja, okay! Ja, okay! Ja! Gut, jetzt... Jetzt können wir natürlich... Okay, das war's schon! Oh, okay! Ich hab's ja angesehen, dass wir's gar nicht so machen! Naja, gut! Aber man muss es nicht belassen, er hat recht! Ja! Okay! Müssen wir weiter nach vorne, ja! Nice, 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 nice! Ja, geil, geil, geil! Nein, 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 warte! Ja, der zielt automatisch schon was rein! Das ist wirklich lustig gemacht! Oh Gott! Oh, Digga, was geht bei dir eigentlich? Ah! Oh! Oh Gott! Ich dachte, es ist nur so ein bisschen Rätselspiel, aber jetzt muss man ja auch noch geschickt... Das ist auch scheiße! Ob das so eine Plattform oder so... Okay, der zieht sich wieder ein paar rein! Können wir das nicht wegen machen? Ja, guck! Ja, guck! Kein Damage genommen! Nimm deine eigene Medizin! Alles klar! Ja, gut! Was zum Teufel! Wieso haben wir eigentlich einen großen Staubsack und ungefähr 40 kleine? Ich hab absolut keine Ahnung! Das Haus muss sauber sein! Ja... Ich kann doch mal... ...herziehst du mir das nicht? Ich guck doch halt selber nach, was deine Tochter macht... Ja, ich dachte, sie ist schon 35! Es ist noch so klein, weil er die ganze Zeit hier raucht... Deswegen ist der Stuhl auch so groß. Taub ist die auch noch. Na. Können wir auch vom Rauchen. Ja. Klar. Ja. Ja. That heartless woman. You know her? No. He doesn't. Anyway I heard that heartless woman got a new job in town and doesn't have time for our hobbies anymore. Who cares about hobbies? You know how painful it is to die Rasen?! It's like burning alive. Slowly. But look. Hammer! füllt, dem Benni verbrannt zu werden. Vielleicht hat er schon mal durchgemacht. Genau. Einfach so am Rücken. Einfach so, zack. Hulk, sauer. Klar, nehm ich alles mit. Das ist nun was. Kann man das jetzt benutzen? Jo. Guck mal, ich bin Kratos. Ich kann einfach den Nagel rufen. Ich bin Hulk. Aura, halt auf. Kriegst du Schaden? Nö, aber kann ich... Oh, don't make me pummel you, Cody. Oh, das ging mir jetzt schon auf den Sack, ey. Nein, geh weg. Komm her. Nein, geh weg, hab ich gesagt. Bam, bam, bam. Bam, 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 bitch. Kannst du das auch kaputt machen? Geil. Das ist so satisfying. Unter Zerstörungsbahn durchs Haus hat begonnen. Weg da! Au. Das war sogar hilfreich. Ne. Hä? Ach so. Da nicht, aber warte. Warte. Ah. Ah, ich kann das mit dem Nagel fixieren, wenn ich nicht so runtergesprungen wäre. Okay, mach nochmal. Ja, klatsch du. So. Ah. Okay, sie trägt das aber trotzdem sehr merkwürdig. Oh, sorry. Arschloch. Nee, hä, kannst du ihn nicht? Nee, du musst das schon drin lassen. Ja, ja, ich hab aus Versehen. Aus Versehen. Macht der Gewohnheit. Glaub dir doch wohl keiner. Das ist eher so wie bei Yondu. Hä? Mit dem Pfeifen, mach da drüben. Kannst du den irgendwie werfen, den Hammer? Nee. Kannst du da vielleicht dran? Ah, doch. Ah. Ah, nein. Ah, okay. Nee, es ist eher wie bei Kratos oder Thor. Du müsstest hier auf das Brett den Nagel machen, glaube ich. Aber komm doch. Aha. Ja, aber durch das Pfeifen ist das wie bei Yondu. Ja, gut, das stimmt. Jetzt was machen. Ah, jetzt hab ich zwei Nägel. Alter, jetzt bist du der einfach... Der Nagler bin ich jetzt. Du bist die Nail Machine. Ganz normale Reaktion. Aber das ist halt nur der richtige Charakter für mich. Aber das ist halt nur der Schmerz. Aber das ist halt nur der Schmerz.